Wenn sie ihren Vater schlecht behandelt, solltest du sie auf gar keinen Fall daten. Nach einem der bekanntesten Psychologen, Sigmund Freud, geht ein Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater durch die ödipale Phase. Das heißt, die Vater- und Tochterbindung entscheidet, welche Partner sie sich aussucht und wie sie von ihren Partnern behandelt werden möchte. Genauso aber auch, wie sie ihre Partner selbst behandeln wird. Das Ganze läuft natürlich völlig unterbewusst ab. Ist ihre Beziehung geprägt von Liebe, Fürsorge und Respekt, so ist das eine große Green Flag und du solltest sie auf jeden Fall daten. Für mehr Dating-Tipps folge dem Kanal.